Turn off, turn off, turn off, Pigs! Ich dachte mir zuerst so, oh da kommt ja der Villager auf und dann so, pfff, oh hinter dir! Achso, warst du erst ein Villager? Ja. Oh, der arme Villager, aber der ist auch schon. Das ist David, lass... Wer ist tot? David? Was ist die Folge? Oh, warum machst du das so wenigstens? Da war ich von Enderman geschlagen worden. Oh, sorry! Folge fängt da an. Um... 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 Diegarten diematt- Okay, okay. Es macht... Es macht... Es macht... Es macht... Oh, hell no! Hella von der Everson! Shut the fuck up! Erma, wo ist der Fall? Hier. Der Masphilis ist eh. Okay. Ich mach das gut. Aber ich muss nicht fallen. Ich bin hier. 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 Los gehts. Ich kann mal weiter. Ich muss schon beißen an dir. Ach so. Na fan! Ach so. Nein, ich habe es nicht gegessen, ich habe es nicht gegessen. Warum ist es ja falsch? Hallo Motherfucker! Ja? Hast du dich gesehen? Aua! Alter! Ja, ich habe dich erst nicht gesehen. Lecker, jetzt gehen wir mal meine Sachen weg. Du brauchst dir jetzt alle einsammeln. Nein, die Linke. Tschüss! Wir sind. Wir sind immer noch hier. Alter, ein sehr vieles Kipp. Ja, das liegt immer noch hier, diese Scheiße. Das sind die Scheiße, die bestreiche Kipps, die du. Ist der denn vor mir runtergefallen? Ach nee. Wolltest du einen guten Eindruck machen? Ja! Wird aus, als würdest du mich vorbekommen... Oh shit, no! Genau, deswegen bin ich runtergekommen. Haha, bitch! Ähm... Nein, das mache ich zu. Nein, das mache ich zu. Wo ist der Skalett? Ja, was passiert denn hier? 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 Nein! In den Brunnen. In den Brunnen. In den Brunnen. Behinder dich geh da nicht rein. Ich geh da nicht rein. Da kann man nicht mehr rausgehen. Doch, klar. Nein! Nein! Ah! Ich habe nur noch drei Herzen. Oh, hallo! Oh, unten ist auch ein Skalett. Das hatte ich fast getroffen. Ich laufe, tschüss! Ach, ich habe Besseres versteckt. Ich bin Forrest. Forrest Gump. Soll ich mir was sagen? Ich habe Besseres versteckt wie du. Sicher? Ja. Aber mir kann niemand rannten. Mir auch nicht. Ich bin im Hauch. Das Skalett guckt nur. Das Skalett guckt. Mir kann echt niemand was tun. Ähm... Ja. Da kann man in den Zombie reinkommen. Nein, nein. Es ist vorbei gerannt. Hat reingeguckt und ist weggerannt. Oh. Okay. Was für eine Homo-Scheiße. Das Steckler hat mich ja nicht ganz schön groß, oder? Ja. Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Warte, mein Geweck bitte. Freepa! Ich mag dich echt. Okay, danke. Der schießt mich jetzt in den Zettel. Hi! Mein Spinn ist gerne. Mir muss ja echt auch ein Baum geben. Oh, das ist mein Kumbi. Kumbi. Was ist das? Nehmen meinen Kumpel Spider-Man. Ah, Spider-Man! Ah, Spider-Man! Es ist ein Schwert sehen. Es ist ein... Ein Schwert. Warte, was er tut. Ich zeig's dir. Oh, shit. Ah, Spider-Man gut! Das ist ein sehr guter Video. Und ich war mit Spider-Man. Ich war mit Spider-Man. Ich war mit Spider-Man. Oh, shit. Oh, shit. Gib uns mit. Ist tot. Ist tot. Ahhhh. Komm her. Ich... Mach's mir mal mit. Römer. Ah, nee, sieh mal nicht. Boah, boah. Okay. Oh, mein Schwer ich kenne. Ich kenne mich nicht. Ich bin super. Komm auf mich. Hallo, lo, 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 lo. Das einzigste Stein, das hier liegt und du denkst, das merke ich nicht? Hi! Oh, du willst dich springen! Ich bin nicht im Kopf! Nein, du willst keine Scheiße! Noah, fang! Oh, scheiße! Ich muss es einfach so machen, damit ich reingehe! Nee, n***a! Jetzt runtergefallen dich nicht! Aus! Ich bin tot! Nein! Nein! Ich war so dumm, ich hab einfach unter mir in Sand gespielt und bin auf Sand gegangen. Ja, der von uns beiden ist jetzt dumm! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot! Ich bin tot, ich bin tot! Ich bin tot, ich bin tot! Das ist mein Haus! Ah, hier warst du! Du weißt, wie ich echt sein will, oder? Worte, bitte! Neb mir Power! Komm hier, ich verstrafe mich selber! Oh, Gott, Alter! Ich weiß! Komm gar nicht raus! Komm hier! william hi ich werde gar nicht mehr merken dass die bauernstein ich bin zu lang so ich bin zu lang so ich habe mich zu dessen die 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 sind sehr wichtig. Doch, ich sehe den Namen. Auch, die haben viel Brot. Alles klar, ich hab einen Lust für einen Typ gefunden. Auf den Typ. Ist das nicht so ein Typ? Nein. Ach, ist das für den Typ? Nee, ich spare mir erst. Ich weiß ein paar Sekunden. Ich will schreien. Ich mach so ein bisschen. Soll ich was sagen? Ich geh jetzt in den Winter. Mach's verstehen. Ja, das ist okay. Also, die sind ja wieder drin. Wolltest du nicht? Nein. Wolltest du nicht? 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 Nein. Wolltest du nicht? Habe ich jetzt echt scheiß zwei Ofen gemacht? Oder hatte ich schon eins? Möchtest du nicht? Nein. Moment nicht. Noch mehr Essen. Nein. Ich wurde vom... den Arschlöscher umzählt. Heute nicht. Jetzt. Komm ich nicht mehr rein. Oh nein. Seh nicht. Tschüss. Ich genüchte Wand. Ich seh nicht den ganzen... Hi. Hey. Hey. Du Arschgesicht. Ich wollte was zu essen machen. Arschgesicht. Arschgesicht. Lass mein Essen. Ich kann's mir Essen geben. Aber bitte Essen weg. Und ein Enderman. Ehm. Ehm. Ein Kübargeräte. Guck mal. Ah, ganz gut. Ah, nein. Nehmen den Brunnen. Brunnen ist kaputt. Nein. Es ist daheimgeht und es explodiert. Obwohl ich nicht in der Menge war. Ja. Der ist in der Schaar. 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 Okay. Hey, why don't du w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w.